Die Businessfragen OG bildet im laufenden Geschäftsjahr eine Garantierückstellung in Höhe von 2500 Euro für verkaufte Produkte. Verbuchen Sie den Geschäftsfall. Um diesen Geschäftsfall zu verbuchen bzw. diese Übungsaufgabe zu lösen, müssen wir uns zuerst einmal überlegen, was sind überhaupt Garantierückstellungen bzw. wofür werden diese gebildet. Wenn wir Produkte verkaufen an unsere Kunden, dann sind diese ja auch in den meisten Fällen mit einer Garantie versehen. Das heißt, wenn Produkte kaputt werden oder defekt werden, dann müssen wir dementsprechend auch hierfür sicherstellen, dass die Garantie greift und gegebenenfalls Produkte austauschen oder den Kunden den Preis rückerstatten. Und hierfür müssen wir eben Rückstellungen bilden, also im Konkreten eine Garantierückstellung. Und um diesen Geschäftsfall jetzt zu verbuchen, können wir auf die vier Schritte zum richtigen Buchungssatz zurückgreifen. Und hierfür überlegen wir uns zuerst einmal im ersten Schritt, welche Konten wir benötigen. Einerseits lässt hier die Angabe schon vermuten, dass wir einmal ein Konto Garantierückstellungen brauchen, weil diese Garantierückstellungen sind ja nichts anderes wie eventuelle Schulden gegenüber unseren Kunden. Und dementsprechend könnte es auch dazu führen, dass wenn diese Garantien auch eintreten, wir dadurch auch einen gewissen Aufwand haben. Und aus diesem Grund benötigen wir dann eben auch noch ein Aufwandskonto für diese Garantierückstellung. Und dementsprechend brauchen wir eben einmal das Konto Aufwand Garantierückstellungen. Und hierbei handelt es sich, wie der Name schon sagt, um ein Aufwandskonto. Und wie auch schon kurz angeführt, handelt es sich ja hierbei um eventuelle Schulden, weshalb wir diese Rückstellungen, also diese eventuellen Schulden, eben auch in der Bilanz darstellen müssen auf der Passivseite. Und aus diesem Grund handelt es sich eben beim Konto Garantierückstellungen um Passivkonten beziehungsweise um ein passives Bestandskonto. Und wenn wir uns dann im nächsten Schritt auch noch überlegen, handelt es sich bei diesem Geschäftsfall jeweils um eine Vermehrung oder eine Verminderung der jeweiligen Konten, so können wir feststellen, dass unser Aufwand je mehr wird, weil wir haben hier ja eine fiktive Zahlung sozusagen, die in Zukunft eintritt. Und dementsprechend wird der Aufwand mehr. Und genauso wird auch die Schuld, also die fiktive, also die eventuell eintretende Schuld gegen unseren Kunden mehr. Und dementsprechend handelt es sich hier bei beiden Konten um eine Vermehrung. Und wenn wir uns dann an die Basics zurückerinnern, dann wissen wir, dass ein Aufwandskonto, also eine Vermehrung eines Aufwandskontos, immer im Soll verbucht wird und eine Vermehrung eines Passivkontos immer im Haben gebucht wird. Und dementsprechend lautet der Buchungssatz dann Aufwand Garantierückstellungen an Garantierückstellungen mit 2.500 Euro. Da es sich hier ja um keinen Kauf bzw. Verkauf handelt, haben wir hier auch keine Steuer bzw. Umsatzsteuer und müssen dementsprechend auch keine Berechnung der Beträge durchführen. Sehen wir uns abschließend diesen Buchungssatz dann auch noch auf den T-Konten an, so sehen wir einmal auf dem Aufwandskonto Garantierückstellungen die 2.500 im Soll verbucht mit dem Gegenkonto Garantierückstellungen und beim Konto Garantierückstellungen haben wir als Gegenkonto das Aufwandskonto für Garantierückstellungen und ebenfalls mit 2.500 Euro hier allerdings im Haben verbucht.